Ja Hallöchen, Tagsmotivation von heute, Verschieberitis. Kennst du das leidige Thema? Oh ja, auch ich kenne es. Prokrastination heißt das Fachwort dazu. Das war bei mir so schlimm, dass ich sogar darüber ein Buch geschrieben habe, mit sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Also nicht geschrieben, doch, natürlich auch geschrieben, aber auch mit sehr, sehr viel Erfolg. Ganz, ganz viele Menschen haben das Buch gekauft und sind ganz, ganz begeistert davon, weil du kennst es ja selber. Immer wenn du Dinge verschiebst, ja, ja, jetzt nicht, irgendwann, irgendwann, irgendwann. Du schiebst es dermaßen weit weg von dir und das ist einfach blöd. Das ist echt bescheuert, wenn du sowas machst, weil dadurch tut sich einfach nichts in deinem Leben. Viele Menschen möchten einfach gerne mehr Erfolg haben. Viele Menschen möchten gerne was erreichen. Aber durch diese ewige, ewige Verschieberei bist du immer im Rückstand und manche Dinge haben sich dann auch plötzlich von ganz allein erledigt. Das hast du mit Sicherheit auch schon erlebt. Wer immer nur verschiebt, der verliert auf die Dauer und dazu hatte ich einfach keine Lust mehr. Und darum habe ich mir eines angewöhnt, die sogenannte Nullstundenregel. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, zack, gleich in die Umsetzung gehen, gleich die Weichen stellen, gleich die ersten Maßnahmen umsetzen. Weißt du, was der Vorteil davon ist? Du hast erste Ergebnisse, du hast erste Erfolgsergebnisse, du hast Lebensfreude und das fängt einfach an, sehr, 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 sehr viel auch in dir zu verändern. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich mache auch einmal im Jahr ein Seminar darüber, Verschiebereitis. Da möchte ich dich herzlich dazu einladen. Nutz diese tolle Möglichkeit. Komm zum Seminar. Du kannst auch vorab das Buch schon lesen, Verschiebereitis. Weißt du, hast du auch diese schlimme Krankheit. Und wenn du das wirklich mal gecheckt hast, dann hast du plötzlich eine völlig andere Ausgangsbasis. Du hast plötzlich mehr Energie. Du hast mehr Power. Und weißt du was? Du hast auch viel, viel mehr Erfolg. Und das geht es doch letzten Endes. Als du mehr Erfolg hast, als du glücklicher bist in deinem Leben, was wollen wir mehr? Also, komm raus aus der Verschiebereitis. Lebe dein Leben. Löst die Handbremse, wie ich immer so schön sage. Gib Vollgas und das Leben gehört dir. Okay? Danke fürs Teilen dieses Videoclips, dass ganz, ganz viele Menschen in den Genuss kommen können. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und Gute. Tschüss, bye, bye, dein, eure Ernst Krammerich.